Hallo zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Ja, heute wollen wir uns um die Items kümmern wie versprochen. Und wir gehen nochmal ganz kurz durch, was eigentlich bei unserem Spiel passiert. Also, damit wir wissen, wo wir die Items einbauen können. Also, zunächst einmal, wir erstellen einen Spieler und dann lassen wir den Spieler die ganze Zeit hin und her laufen, solange eben dieser Spieler nicht tot ist. Wir könnten das Ganze eigentlich auch mit einer While-Spieler.NotIsDead machen oder IsNotDead oder sowas. Das würde auch funktionieren. Ja, hätten wir machen können. Habe ich nicht gemacht, aber ist egal. So, und da, dann laufen wir irgendwo hin und dann eben dementsprechend auf das nächste Feld. Entweder oben drüber, unten drunter, links oder rechts davon. Und anschließend interagieren wir mit dem Feld. Dort wird zuerst ein Kampf ausgelöst. Das sehen wir hier in der Wabe. Dort wird zuerst ein Kampf ausgelöst, wenn wir auf einen Gegner treffen. Es sei denn natürlich, wir haben ihn schon getötet. Oh, wir müssen den Gegner eigentlich noch entfernen, oder? Genau, wir müssen hier eigentlich noch den Gegner entfernen. Das heißt, NPCs. Und zwar machen wir dann den NPCs von 0 da raus. So, dann kriegen wir nämlich den Org aus dieser Liste entfernt. Und dann haben wir offensichtlich ein weniger da drin. So, wir müssen nicht gegen alle Gegner kämpfen offensichtlich. Offensichtlich reicht es, wenn wir gegen einen Gegner kämpfen. Falls wir mal mehrere Gegner hier drauf haben, zumindest so wie wir das gerade gecodet haben. Ihr könnt das, oder ihr könnt das natürlich auch so implementieren, dass man gegen alle Gegner kämpfen muss, wenn es denn mehrere gibt. Also, könnt ihr so machen, müsst ihr nicht. So, nach dem Kampf droppt der Gegner was mit einer gewissen Chance. Und mit einer Chance von 10% droppt er das Schwert des Zerstörers. Und danach können wir looten. Wobei natürlich hier looten bedeutet, wir sammeln alle Items auf. Sprich, auch die Items, die schon drauf liegen. Denn mit einer Chance von, ich glaube, 20%, nee, 80% haben wir hier nämlich auch gesagt, hey, wir wollen einen Heildrang da liegen haben. So, Heildrang ist noch nicht implementiert, aber, und Fight ist auch schon implementiert, alles fertig, aber wir müssen generell mal die Items implementieren. Denn der Spieler hat aktuell noch keine Möglichkeit, irgendwas mit den Items zu tun. So, das heißt, hier unten drunter, unter dem Feldpunkt Interact, machen wir das Ganze mal. Und zwar noch innerhalb der Wild Shoe. Hier reinpacken wir das und da sagen wir dann eben, ja, was wollen wir denn machen? Wir wollen ihn fragen, ob er ein Item nutzen möchte. Und wir könnten ihm eigentlich auch erstmal unser, oder beziehungsweise sein Inventar zeigen. Wir machen das jetzt sehr, sehr billig. Ihr könnt das gerne noch schöner machen. Wir machen das auch als Printline allerdings. Spieler.inventar. So. Und dann fragen wir ihn, möchtest du eines der Items nutzen? So, Norden, Süden, Osten, Westen, das ist schon mal falsch. Ja oder nein? Nein. Wir machen das anders. Wir sagen ihm hier zwar, was er hat, vor i in Spieler.inventar, sagen wir ihm, ähm, Printline, du besitzt folgende Gegenstände, Doppelpunkt. So. Und dann können wir ihn hier sagen, war i gleich 0. Äh, nicht i. Ähm, war Counter. Nennen wir es einfach mal Counter. Ähm, so. Und dann können wir hier einmal durchlupen sozusagen. Und ihr seht übrigens auch, ich benutze nicht alle Tricks, die man in Kotlin verwenden kann. Ähm, aber ich möchte euch sozusagen zeigen, dass ihr mit einfachen Mitteln schon was machen könnt, aber dass ihr das immer noch verbessern könnt, ja. Das heißt, ihr könnt hier alles deutlich eleganter noch schreiben, deutlich schneller schreiben, aber vielleicht teilweise weniger lesbar, wenn ihr nicht ganz so viel Übungen damit habt. Und ja, ihr müsst nicht alles verwenden. Ähm, ihr könnt aber alles verwenden. Das heißt, wir sagen hier, ähm, für jedes Ding im Inventar wollen wir ausgeben, Printline, ähm, Counter, ups, Counter plus, oh, aber nein. Wir machen den Counter als Print und dann printen wir i und wir printen eine neue Zeile. So. Ähm, möchtest du eines der Items nutzen, ähm, und dann sagen wir ihm hier, dass er die Nummer des Items angeben soll. Oder, nein. So. Okay. Ähm, so, dann müssen wir das hier irgendwie umbenennen. Item Input, halt Input. Okay, und jetzt wenden wir mal wieder über den Item Input, beziehungsweise eigentlich reicht uns hier ein If, ähm, If Item Input, gleich, gleich, ähm, Nein, dann, wobei eigentlich müssen wir, wenn der Nein macht, gar nichts machen. Eigentlich ist ein Nein unser Else. Ähm, das heißt, was wir jetzt hier machen, ist ein Try, ähm, und wir probieren, ob wir den Item Input, ähm, Item ist gleich, ähm, Item Input, ähm, Punkt, To Int, komm schon, das war doch groß geschrieben hier, mit einem Fragezeichen, wenn wir nicht wissen, ob wir da was bekommen. So, ähm, wir probieren das aus, ähm, es muss nicht sein, dass das unbedingt funktioniert, das heißt, wir catchen hier eventuell eine, ähm, 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 E vom Typ Exception, da kann nämlich alles Mögliche am Ende schief gehen. Und wir wollen überhaupt nichts tun, falls hier was schief geht, dann passiert einfach gar nichts, okay, dann, naja, dann nimmt er halt dieses Item nicht. Man kann nur ein Item pro Runde benutzen, das ist jetzt so, ähm, das wollen wir auch so haben, denn ansonsten wird es zu stark. Und, ja, man muss sich entscheiden, oder wir werden sehen, ob es vielleicht zu schwach ist oder zu stark, aber man muss sich eben entscheiden. So, und wenn wir jetzt hier das Ganze als Item bekommen haben, dann, ähm, probieren wir auch noch, ob wir das im Inventar finden, denn man könnte ja einfach das Item 100 benutzen. Obwohl man nur zwei Sachen im Inventar hat, das kann natürlich auch schief gehen, deswegen catchen wir hier die Exception. Ähm, also das Konvertieren hier kann eine Number Format Exception geben und das hier unten kann eine Array Out of Bounds Exception geben, aber uns interessiert das nicht. Das heißt, ähm, was wir hier haben, ist das Item to Use ist gleich, also vom Typ Item sogar, ist gleich, ähm, so, Spieler Punkt Inventar. An der Stelle Item, cool. So, das Ding kann jetzt natürlich Null sein, ähm, falls es Null ist, naja, dann gibt das halt einen Fehler, wenn wir hier drauf zugreifen, ist uns aber völlig egal, weil wir hier sowieso alles fangen, weil, wie gesagt, das hier kann schief gehen, äh, das hier kann schief gehen, hier kann so viel schief gehen, Aber wenn er, wenn der User halt einfach was Falsches eingegeben hat, dann kann er das Item halt einfach nicht nutzen, das ist sein Problem sozusagen. Das heißt, er sollte drauf achten, oder sie, ähm, der User eben sollte, oder der Spieler sollte drauf achten, welches Item er gerade benutzt. So, und dann sagen wir hier, ähm, Spieler Punkt, oh, wobei, lasst uns das auslagern, ähm, wir machen hier ein Spieler Punkt Use Item, ähm, und zwar sagen wir da, wir nehmen das Item, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, ähm, genau. So, und, ja, das machen wir in der Spieler Klasse, denn wenn wir jetzt das hier machen, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir eigentlich nicht mehr auf das Inventar zugreifen sollten, denn der Spieler sollte sein eigenes Inventar verwalten. Das heißt, was wir hier machen, ist ein Fun, ähm, Use Item, und wir bekommen hier den i vom Typ Int, und wollen hier drin jetzt das Item verwenden. Das heißt, wir sagen hier, genau das, Item to Use, so, und wir wollen auf i zugreifen, auf das i to Item. Gut, wenn hier was schief geht, völlig egal, dann wird der Fehler einfach in unserem Main weiter propagiert, und dort wird dann eben, ähm, diese Try ausgelöst, und das macht uns dann auch überhaupt nichts. So, und was wir danach machen, ist, wir sagen Item to Use Punkt Use, und das ist natürlich die Funktion, die wir dann am Ende auch im Item drin haben wollen, das heißt, wir haben hier eine Fun, ähm, Use, fertig, das ist alles. Wir wollen hier nur dieses Ding usable machen, und jetzt sollte das auch kein Problem mehr sein, hier das zu machen, jetzt sollte das auch kein Problem mehr sein, das heißt, wir können hier das Item benutzen, und wenn wir das Item benutzt haben, dann springen wir wieder oben an die Wildtru. So, ich hab 100%ig was vergessen, aber das finden wir dann nachher raus, wenn wir versuchen, das Ganze zu spielen, ähm, und ja, wir können hier das Item offensichtlich gerade verwenden. So, ähm, jetzt haben wir eigentlich soweit das hier fertig, jetzt müssen wir natürlich noch dieses Use in die ganzen Items reinbringen, das heißt, das Consumable, das ist auch ein Interface, das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, ihr müsst hier eigentlich für euch noch unterscheiden zwischen Consumable und Waffe, in unserem Fall ist einfach beides ein Item, aber, ähm, eigentlich sollte man da vielleicht zwei verschiedene Dinge machen, das heißt, Use bei der Waffe wäre dann, dass man sie equipt, ja, also dass man sie ausrüstet, während Use beim Heiltrank, beziehungsweise beim Consumable wäre natürlich, dass es verschwindet und dass es dann eben, ähm, genau das tut, also dass man quasi einfach, ja, zum Beispiel Leben zurückbekommt oder sowas. Was wir jetzt hier allerdings noch machen wollen, ist natürlich, wir wollen diese, nein, ich will es nicht abstrakt machen, gibt es hier keinen besseren Quick-Fix, dass mir das automatisch implementiert wird? Warum? Okay, schade, ähm, gut, also wir, was wir natürlich machen wollen, ist, wir wollen hier diese Use-Funktion auch, oder diese Use-Methode auch wirklich implementieren, sonst macht das wenig Spaß, wenn wir den Heiltrank nicht benutzen können. So, und jetzt fällt relativ schnell was auf, wenn wir hier das Ganze versuchen zu Usen, dann müssen wir irgendwie auf unseren Spieler zugreifen, beziehungsweise auf den Charakter, der dieses Ding benutzt. Rein technisch gesehen könnte natürlich auch, und sinnvoll gesehen auch, könnte natürlich auch ein Org, eine Waffe oder ein Item, äh, oder ein Heiltrank oder sowas benutzen. Das heißt, ähm, eigentlich können wir nicht sagen, hey, das wird immer auf den Spieler angewendet, sondern jeder kann so ein Ding benutzen. Also, was wir hier machen, ist, wir geben einfach noch unser This-Objekt, ähm, an diese Funktion mit. Das heißt, wir wollen sozusagen sagen, hey, dieser Spieler benutzt jetzt gerade das Item. Könnte auch ein Org sein, aber in diesem Fall ist es der Spieler. Und was wir hier erwarten, ist natürlich ein In-Game-Character, weil, wie gesagt, es kann nicht nur der Spieler sein, es kann auch einfach der Org sein, der auch ein In-Game-Character ist. Oder es kann was völlig anderes sein, irgendjemand, der gerade, mit dem ihr gerade redet oder so, kann natürlich auch irgendwas benutzen, okay. Das heißt, hier in unserem Item wollen wir natürlich diesen In-Game-Character, ähm, Char, äh, vielleicht sollte ich nicht Char nehmen, ähm, Charakter. Hier, vom Typ In-Game-Character, sollte das natürlich dann sein. So, und jetzt müssen wir natürlich das auch in unserem Heiltrank reinpacken. Und jetzt können wir einfach sagen, hier, der In-Game-Character, Char, soll bitte dieses Ding benutzen. Und das heißt, was passiert bei einem Heiltrank? Naja, gut, die HP, ähm, äh, werden, äh, um, keine Ahnung, werden um wie viel erhöht? Sagen wir um 50, ja, bei einem, bei einem Heiltrank. Ähm, ihr könnt das natürlich auch noch machen, dass der Heiltrank irgendwie nicht immer um dasselbe erhöht, sondern um verschiedene Werte erhöht, erhöht. In unserem Fall machen wir jetzt einfach mal um 50. Aber, wenn natürlich unser Character.hp jetzt größer ist als Character.maxhp, was machen wir dann? Dann sagen wir natürlich Character.hp gleich Character.maxhp, damit man nicht mehr Leben haben kann, als man maximales Leben hat. Okay, das heißt, wenn man 50.000 Heiltränke verwendet, naja, hat man immer noch eben Maxhp und nicht mehr. Ähm, und wenn ihr gleich viel Leben habt, dann müsst ihr hier nichts ändern, deswegen hier nur das größer als. Gut, und damit ist eigentlich unser Heiltrank schon fertig. Jetzt wollen wir natürlich dasselbe noch für die Waffe des Zerstörers implementieren. Und da sagen wir aber nicht, dass unsere HP um 50 erhöht werden, sondern unser Damage wird einfach verdoppelt. Okay, und es ist das Schwert des Zerstörers. Komm schon, da muss man natürlich irgendwas Geiles machen. Wenn man fünf Schwerter des Zerstörers hat, dann hat man offensichtlich deutlich mehr Damage, als wenn man nur ein Schwert des Zerstörers hat. Denn es ist immerhin das Schwert des Zerstörers. So, ich glaube, damit sind wir relativ gut dabei, was die Items angeht. Jetzt können wir sie benutzen, jetzt können wir sie looten, wir können mit den Leuten interagieren. Nur der Ork, der muss hier noch ein bisschen was machen. Der hat aktuell gerade das Problem, dass er natürlich hier noch initialisiert werden muss. Denn der Ingame-Character, der verlangt nach Maxhp, die beim Ork, sagen wir mal, auf 20 sind. Und der Schaden beim Ork liegt auf 3, okay. So, und damit haben wir eigentlich schon alles soweit fertig, dass wir zumindest mal ein grobes Gerüst für unser Game haben. Lasst uns das einfach schon mal ausprobieren. Es wird uns garantiert um die Ohren fliegen, dann wissen wir, was wir nächstes Mal fixen können. Okay, also wir starten. Wir sind ganz im Norden. Wir probieren es mal. Na, da sehen wir es schon. Wir haben versucht, in Norden zu laufen. Ich habe schon gesagt, wir sind schon ganz im Norden. Das geht natürlich nicht. So, ähm. Genau, und das werden wir beim nächsten Mal machen. Wir sehen schon, dass es hiermit was zu tun haben muss, ähm, weil hier irgendwas schiefgelaufen ist. Offensichtlich sind wir gerade an Position Minus 1 rausgekommen, weil wir nach Norden gelaufen sind. Was eigentlich nicht sein kann, weil wir hier eben dieses Modulo haben. Ich recherchiere da aber auch nochmal. Ich glaube, da war irgendwas Spezielles in Kotlin. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.